Politik verstehen, Probleme nachvollziehen. Wir geben Antworten auf Fragen, die wirklich relevant sind. Genau das ist Europa-Zeit. Die Sendung, bei der Sie nicht nur vor dem Fernseher sitzen, sondern selbst aktiv werden können. Und so beantworten Abgeordnete aus dem EU-Parlament die Fragen, die sie uns gestellt haben. Heute zu Gast Bernhard Zimniok. Er ist Mitglied bei der AfD und sitzt im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten sowie im Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung. Was sind die Gründe für das schlechte Ausscheiden bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein? Was hat die AfD falsch gemacht? Nun, Schleswig-Holstein ist wie NRW generell ein eher schwieriges Pflaster für die AfD. Das darf aber nicht als Ausrede für selbstgemachte Fehler herhalten. Wir beschäftigen uns als Partei aus meiner Sicht viel zu viel mit uns selbst. Statt intern zu streiten, sollten wir uns den vielen Schwächen der politischen Gegner eigentlich widmen. Nur so können wir letztlich für die Wähler eine ernsthafte Alternative sein. Programmatisch sind wir durchaus gut aufgestellt, wie ich finde. Natürlich gibt es auch hier noch die eine oder andere Stellschraube, an der man etwas drehen kann. Zu den Flüchtlingen aus Syrien sagten sie, im Grundsatz transportieren wir uns ein Weltbild ins Land, das nicht kompatibel ist mit unserer Gesellschaft. Teilen Sie diese Meinung auch zu den ukrainischen Flüchtlingen? Welche Merkmale finden Sie für eine Integration immens wichtig? Natürlich besteht ein enormer Unterschied zwischen Flüchtlingen aus der Ukraine und denen aus Syrien oder gar aus Afghanistan. Die Ukrainer teilen mit uns die christliche Kultur, wenn auch in etwas unterschiedlicher Ausprägung. Die Grundzüge, also die kulturelle Basis, ist ja aber eben die gleiche. Die überwiegend muslimischen Syrer hingegen lehnen ja oft schon elementare Bestandteile unserer Kultur, unserer Identität und unseres daraus erwachsenen Rechtsverständnisses, also auch unserer demokratischen Werte, vollkommen ab. Das zeigt sich nicht nur in ihrem überproportional hohen Anteil an der Kriminalstatistik, sondern vor allem auch an den Bereichen, in denen sie besonders oft als Tatverdächtige auftreten, den Sexualverbrechen. Hier manifestiert sich die fehlende Gleichberechtigung und die unterschiedliche Sozialisierung. Das gilt nicht nur für Syrer, sondern für alle muslimischen Herkunftsländer. Für mich ist also klar, was eine gelungene Integration wichtig ist. Die kulturelle Kompatibilität oder wenn nicht gegeben ist, den unbedingten Willen, sich an unsere Kultur anzupassen. Nur dann kann Integration letztlich erfolgreich sein. Als ich in Syrien oder auch in Pakistan gelebt habe, musste ich mich selbstredend an die Gegebenheiten anpassen und die dortigen Gepflogenheiten beachten. Das wurde von mir und meiner Familie erwartet und auch gefordert, und zwar völlig zu Recht. Dänemark ist auf dem Weg, seine Asylpolitik zu ändern, genau wie Großbritannien. In den Überlegungen ist, Asylsuchende in Drittstaaten abzuschieben. Was verbirgt sich hinter dieser Strategie? Sind solche Vorschläge vereinbar mit europäischen Werten? Nun, in erster Linie geht es darum, die Anreize für Asylbewerber zu mindern, überhaupt nach Dänemark einzureisen. Vor allem für diejenigen, deren Aussicht auf einen erfolgreichen Antrag gering sind. Meiner Meinung nach sollten wir generell das Asylsystem derart reformieren, dass Flüchtlinge kultur- und möglichst sprachnah untergebracht werden, solange der Fluchtgrund gegeben ist. Europas Aufnahmekapazitäten sind schon lange erschöpft. Die Probleme mit den bisher aufgenommenen Migranten sind noch lange nicht bewältigt. Ich finde die immer wieder geäußerte Annahme jeder Asylbewerber, woher auch immer, hätte Anspruch auf unseren Lebensstandard als ziemlich fragwürdig. Was die viel zitierten europäischen Werte angeht, die sollten generell mal neu überdacht werden. Es kann nicht sein, dass wir uns nur noch um das Wohlergehen der ganzen Welt kümmern, vor allem von Afrika und Teilen Asiens, während unsere eigenen Länder völlig vernachlässigt werden und damit unsere Zukunftsaussichten zunehmend düsterer werden. Unsere Bürger und ihre Interessen müssen endlich wieder in den Mittelpunkt unserer Politik gerückt werden. Die Bundesregierung hat ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr bereitgestellt. Reicht aus Sicht eines ehemaligen Oberstleutnants der Bundeswehr dieses Etat aus? In welchen Punkten befindet sich die Bundeswehr in Defiziten? Welche Bereiche müssen verstärkt werden, damit die Bundeswehr in der Lage ist, die Bundesrepublik Deutschland bei einem Angriff zu beschützen? Diese Frage kann pauschal so kaum beantwortet werden. 100 Milliarden klingt erstmal sehr viel, aber zum einen wird die Summe über mehrere Jahre verteilt, zum anderen sind die Defizite bei der Bundeswehr in fast allen Bereichen so dramatisch, dass die 100 Milliarden kaum ausreichen werden. Das Hauptproblem, das man angehen muss und bevor man hektisch Abermilliarden versenkt, ist das Strukturdefizit. Die Erfahrung unter den letzten Jahren bis Jahrzehnten zeigt, dass da die Beschaffungsbürokratie so schlecht gemanagt wird, dass zum einen ein Großteil des Geldes durch Verwaltungskosten versanden wird und zum anderen durch fehlende Kompetenzen völlig falsch eingesetzt wird. Es besteht die Gefahr, dass irgendwelche Geräte um Waffen beschafft werden, die nicht den Anforderungen gerecht werden. Dazu hindert auch bei der Bundeswehr die zunehmende Ideologisierung, Stichwort Genderumfug, eine an den wahren Bedürfnissen ausgerichtete Entwicklung der Armee. Es müsste sich also an allen Ecken und Enden quasi alles verbessern, um auch nur ansatzweise verteidigungsfähig zu werden. Positive Entwicklungen werden mit einer solchen Verteidigungsministerin leider kaum zu erwarten sein. Um die genannten Aspekte einigermaßen zu beleuchten, müsste man einige Stunden darüber sprechen. Ich gehe deshalb nur ansatzweise auf die ökonomischen Auswirkungen auf Deutschland ein. Die Sanktionen halte ich so, wie sie gemacht sind, für einen riesengroßen Fehler. Sanktionen haben sich schon in der Vergangenheit als nutzlos, ja meist als kontraproduktiv für den, der sanktioniert hat, erwiesen. Zum Beispiel haben die Sanktionen nach der Besetzung der Krim Deutschland den dauerhaften Verlust von geschätzt 60.000 Arbeitsplätzen gebracht. Das boykottierte Russland hat unsere fehlenden Waren schnell kompensiert. Und heute hat Russland eine sehr niedrige Staatsverschuldung von rund 20 Prozent des BIPs und enorme Kapitalreserven. Weswegen die Sanktionen keine unmittelbaren Auswirkungen haben. Und Russland findet für die abgesprungenen europäischen Vertragspartner in Indien und China sofort neue Abnehmer. Wir Deutschen zahlen übrigens 10 Milliarden Euro an Indien als Unterstützung für sogenannte Klimaschutzmaßnahmen. Und gleichzeitig kaufen die Inder Öl aus Russland, das wegen unserer Sanktionen besonders günstig ist. Man spricht von 25 Prozent des Weltmarktpreises. Wir dagegen beziehen teures Öl und Gas aus anderen Ländern, weshalb es zu so enormen Preisanstiegen kommt. Wir als Opposition müssen den Bürgern die Folgen dieser extrem kurzsichtigen und undurchdachten Außenpolitik aufzeigen. Wir versuchen mit Katar oder Saudi-Arabien ins Geschäft zu kommen. Mit Ländern, die kaum zu unseren vielbeschworenen Werten passen. In der Syrien-Politik werden nach wie vor nicht die deutschen Interessen verfolgt. Das hat sich seit meinem mehrjährigen Aufenthalt dort nicht geändert. Wenn man sich überlegt, dass wir Sanktionen für das Land letztes Jahr erst verlängert haben und wir jetzt eine Milliarde an Hilfsgelder schicken, weil so viele Menschen genau wegen der Sanktionen hungern, dann kann man diese Politik nur noch als verrückt bezeichnen. Dass die USA nach wie vor zahlreiche Ölfelder unter ihrer Kontrolle halten und den Syrien daher auch noch in diesem Bereich die extrem wichtigen Einnahmen verloren gehen, müsste eigentlich in der öffentlichen Debatte einen Skandal auslösen. Diese Debatte gibt es aber leider nicht. Bekanntlich trete ich auch seit Jahren dafür ein, dass wir endlich wieder mit Assad reden, damit die syrischen Flüchtlinge wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Das wäre für uns und auch für Syrien enorm wichtig. Dem verweigert man sich, um nicht den Sieg Assads eingestehen zu müssen. Assad ist aber Realität. Das müssen wir endlich akzeptieren. Auch in der EU werden fatale Fehler gemacht. Man hält an den Sanktionen eisern fest und weigert sich, mit Assad zu reden. Damit wird das Problem mit den syrischen Flüchtlingen in den Anrainerstaaten zunehmend zementiert. Das führt zu einem großen wirtschaftlichen Problem in der Türkei, in Jordanien und im Libanon und zu politischen Instabilitäten. Auch bei uns. Eine gute und durchdachte Politik sieht anders aus.